Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Bande wegen Betruges in Millionenhöhe unter Verdacht. Sie sollen ihre Opfer dazu gebracht haben, in Kryptowährungen zu investieren und das Geld im Ausland gewaschen haben. Also die bekannte Betrugsmasche, die wir hier permanent auf diesem Kanal in den Telefonaten hören. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt ermitteln gegen eine Gruppe wegen Anlagebetrugs in Millionenhöhe. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt ermitteln mit internationaler Unterstützung gegen eine Tätergruppe. Der Vorwurf? Anlagebetrug in Millionenhöhe. Einer gemeinsamen Mitteilung mit Europol zufolge sollen die 17 Beschuldigten den Betrug vor allem von Serbien, Bulgarien und Zypern aus begangen haben. Serbische Strafverfolgungsbehörden unterstützen die Ermittlungen. Der Schaden beträgt weit mehr als eine Million Euro. Die Täter sollen über Werbeanzeigen in den sozialen Medien ihre Opfer auf manipulierte Webseiten gelockt und ihnen vielversprechende Investments mit Kryptowährungen in Aussicht gestellt haben. Zu den Werbungen in Facebook und Twitter und Instagram habe ich euch ja hier schon verschiedene Videos gemacht, dass hier immer wieder Werbeanzeigen drin sind, wo man angeblich ganz schnell reich wird, wenn man in Kryptowährungen investiert. Hier ist scheinbar mal endlich was passiert. Doch die Werbung von anderen Firmen gibt es tatsächlich heute immer noch. Nach ersten Zahlungseingängen sollen sie ihren Opfern mit gefälschten Kursverläufen Gewinne vorgetäuscht und zu weiteren Investments veranlasst haben. Das Geld brachten sie den Angaben nach ins Ausland und wuschen es dort. Der Schaden beträgt weit mehr als eine Million Euro. Bei einer internationalen Durchsuchungsaktion fanden die Ermittler unter anderem Datenträger, Kryptowährungen und Schriftstücke. Durchsucht wurden Wohnungen und Geschäftsräume in Deutschland, Serbien, Bulgarien und Zypern. Unter Leitung des Landeskriminalamtes arbeiteten die Polizisten aus Baden-Württemberg dabei mit internationalen Kollegen und Europol zusammen. Europol unterstützt die EU-Staaten bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität, arbeitet aber auch mit Nicht-EU-Staaten zusammen. Ja, die hier erzählte Geschichte ist tatsächlich leider wie so oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn der Betrug, der geht ja leider weiter. Wie bereits erwähnt, gibt es die Werbeanzeigen immer noch. Vielleicht nicht von denselben Tätern, aber Werbung gibt es denn trotzdem noch. Facebook, Instagram und so weiter ist leider voll mit solcher Werbung. Und auch hier auf YouTube in den Werbespots, teilweise vor den Videos, zwischen den Videos und nach den YouTube-Videos, findet man immer wieder horrende Geldversprechen und Gewinnversprechen, wenn man mit einer kleinen Investition dort einsteigt. Leider wird das Geld hier allerdings nicht wirklich investiert. Man gaukelt euch mit einem Demokonto anschließend dann Kurse vor und dass man hier Gewinne macht. Und da man ja hier noch weiter investieren möchte, um noch mehr rauszuholen, bietet man dann den Opfern in einem zweiten Telefonat immer mal wieder gerne an, nochmal nachzuinvestieren. Also, dass man nochmal Geld überweist und dann wird das Geld eben einfach auf dem eigenen Konto, Schrägstrich Demokonto, einfach erweitert und hinzugefügt. Schon denken die Kunden, man würde hier mit dem echten Geld, was man eingezahlt hat, auf der Börse spekulieren. Nur, dass das Ganze ein Demokonto ist, wird von den Betrügern hier logischerweise nicht erwähnt, weil die Betrüger möchten hier nochmal Geld, wenn es geht. Ist der Betrug erstmal gelaufen und die Firma nicht mehr erreichbar, das heißt, die Webseite ist offline, dann wird man gerne auch nochmal in einem weiteren Telefonat erneut angerufen, zu einer etwas späteren Zeit. Man lässt hier etwas Gras über die Sache wachsen, bei den Personen, wo man das Geld schon mal bekommen hat. Später rufen die Betrüger dann irgendwann noch einmal an, um dann zu erzählen, dass man hier das Geld, was man wohl verloren hatte, auf dem Online-Markt gefunden habe. Man hat es extra für euch eingefroren, um euch dann zu helfen, um das Geld wiederzubekommen. Hier geht es dann meistens nochmal um Datendiebstahl, dass man mit einer Remote-Software auf euren Rechner und euer Bankkonto zugreift. Oftmals möchte man dann hier nochmal Geld für eine Transaktionsgebühr im Voraus haben, anfallende Steuern oder irgendwelche angeblichen Gebühren, die sich die Betrüger dann hier spontan ausgedacht haben. Das Problem an diesen ganzen Geschichten ist, jedes Mal, wenn euch einer anruft und meint, man könnte mit viel Geld oder mit wenig Geld viel Geld machen oder man habe euer Geld gefunden, niemand ruft euch an und wird euch irgendein Geldsegen am Telefon mitteilen. Wenn hier wirklich Strafverfolgungsbehörden oder irgendein Cyberkriminalitätsamt sich um euer Geld kümmert und euer Geld gefunden hat, dann würde man sich hier in diesem Fall definitiv schriftlich mit einer polizeilichen Einladung an euch wenden und nicht per Telefon das Ganze dann wieder absolvieren. Das Problem ist, ist man erstmal auf so eine Firma reingefallen, ist es eigentlich fast aussichtslos, sein Geld jemals wiederzusehen. Es gibt ganz, ganz wenige Erfolgsquoten, wo man das Geld über die Polizei dann doch nochmal zurückbekommen hat. Grundsätzlich sollte eins ganz klar sein. Wurdet ihr betrogen? Und ihr seid leider auf diese Masche reingefallen, dann kann sich hier nur empfehlen, die Polizei zu informieren. Auch wenn man weiß, dass man das Geld nicht mehr wiederbekommt. Denn nur eine Anzeige kann auch dazu führen, dass sich jemand in Bewegung setzt und hier irgendetwas passiert. Die Firmen, die euer Geld hier stehlen möchten, die agieren eigentlich sehr raffiniert. Und diese kriminellen Banden bauen Werbewebseiten und Werbeanzeigen, zum Beispiel bei Facebook. Ihr klickt dort drauf. Deutscher Bürger wird mit Höhle der Löwen reich. Man klickt dort drauf. Dann kriegt man wieder irgendeine tolle Story erzählt in Schriftform. Manchmal laufen da irgendwelche Videos mit tollen Kursen, wo man dann mit wenig Investitionen viel Geld machen kann. Hat man sich dort erstmal eingetragen, wird man in der Regel ziemlich schnell von den Betrügern telefonisch kontaktiert. Alles weitere wird hier am Telefon eigentlich mit euch besprochen. Das Problem ist, ihr habt keine Rückruftelefonnummer, wo ihr diese Firma kontaktieren könnt. Und diese Firmen sind auch grundsätzlich nirgendwo lizenziert. Haben die Firmen eine Webseite, was ja mittlerweile auch schon nicht mehr unbedingt der Fall ist, dass man da auf einer Webseite landet, sondern einfach nur telefonisch kontaktiert wird, dann sind diese Webseiten einfach irgendwann offline. Und wenn die erstmal vom Netz genommen sind, dann sind die Spuren auch größtenteils verwischt. Die Betrüger versuchen über virtuelle Internetleitungen, also über einen VPN-Tunnel, ihre Identität zu verschleiern. E-Mail-Adressen hat man selten. Und wenn dann vielleicht mal von Proton-Mail oder Outlook oder so, irgendwas, was für eine Bank unseriös ist, wenn eine Bank sowas verwendet. Normalerweise haben die ja von ihrer eigenen Domain. Also wenn es Sparkasse ist, dann habt ihr den Beraternamen oder Sparkasse-Baden-Württemberg.de irgendwie sowas dahinter stehen. Ja, das ist ja ganz oft nicht der Fall. Das heißt, man kann die eigentlich über keinen seriösen Weg kontaktieren. Ist die Webseite erstmal weg, man hat keine Telefonnummer, dann ist das Geld einfach spurlos verschwunden. Man hat eigentlich keine Anlaufstelle mehr. Und der Polizei kann man auch nicht so wirklich was melden. Die Telefonnummer maximal, die bei euch im Telefondisplay gestanden hat. Nur die sind oftmals auch gefälscht. Im schlechtesten Fall gehören die irgendwelchen Privatpersonen. Im besten Fall verlaufen sie halt einfach ins Leere, ohne dass noch jemand Drittes mit in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja, und die Daten bzw. euer Geld ist dann verloren. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Und informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.